Ist das für dich jetzt so der schönste Moment von dem ganzen Vorgang? Ja, schon, weil ich teilweise gar nicht weiß, was genau drin ist, weil es halt schon zu viel ist. Ich weiß, dass es Christbaum-Deko ist, aber... Ach, du weißt gar nicht mehr, was du bestellt hast, okay. Keine Ahnung, was da drin ist. Einen Überblick über ihre Bestellungen hat Julia offensichtlich nicht mehr. Sie hat die Kontrolle verloren. Genau das ist zum Beispiel auch bei Alkohol- oder Glücksspielsucht so. Sie gelten als eigenständige Krankheiten, Kaufsucht offiziell nicht. Auch deswegen wird sie oft verharmlost. Es gibt eine Studie aus Österreich, die besagt, dass gerade junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren stark betroffen sind. Wohl 21 Prozent haben Kaufsucht und ich finde das Wahnsinn tatsächlich. Es ist ja das Kaufen, glaube ich, nicht nur das einzige Problem, sondern es ist halt irgendwie die Lösung zu einem anderen Problem. Ich habe halt auch schon lange eigentlich Depressionen. Und dann ist es natürlich schon irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man dann kurz etwas sich selbst schenkt, dass es einem eben kurz besser geht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben unterbewusst einen sehr großen Teil davon ausmacht. Vor ein paar Monaten ging es Julia wegen ihrer Depression so schlecht, dass sie sich krankschreiben lassen musste. Seitdem ist sie auch in Therapie. So langsam geht es ihr aber besser. Und deswegen hat sie auch die Kraft, sich mit ihrem Kaufverhalten zu beschäftigen. Julia will mir unbedingt ihre beste Freundin Magdalena vorstellen. Die zwei kennen sich noch gar nicht so lange, aber Magdalena war die erste Person, die Julia ins Gesicht gesagt hat, dass sie etwas ändern muss. Der Moment, als Julia dir erzählt hat, dass sie, was Kaufen angeht, irgendwie ein Problem hat. Wie war das für dich? Wie hast du darauf reagiert? Ich habe ihr einfach versucht zu helfen, weil ich eben weiß, dass das in der heutigen Gesellschaft ein großes Problem ist mit vielen jungen Leuten. Vor allem, weil es gibt halt kein Fach in der Schule, was dir zeigt, wie du richtig mit Geld umgehst. Findest du denn das, was Julia sich kauft, findest du das krass? Also findest du, das ist viel? Ja, vor allem bei den Bastelsachen. Das war schon so, wow, du hast jetzt so fast 1000 Euro Bastelsachen. Nein, 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 das ist 600. Ja, also es ist schon sehr extrem. Ich weiß nicht, ich gebe nicht mal im Jahr so viel für Bastelsachen aus. Und ist das aber auch so ein Ding, wo du sagst, du machst dir Sorgen, warum das bei Julia so ein bisschen so ist? Ja, schon. Also, ich meine, es gibt da so ein paar offensichtliche Gründe. Also dieser Grund, sich einfach kurzzeitig glücklich zu kaufen. Aber es ist halt einfach nur ein kurzer Moment. Und das ist halt, man kann sich nur so viel glücklich kaufen, wie man Geld hat. Und mit Freunden kann man das Glück auch anders schaffen. Das ist ja nur ein kleiner Klick auch, ne? App entfernen. Sind Sie sicher? Bist du sicher? Ich bin sicher. App löschen. Wir löschen, wir löschen. Ja. Geschafft. Ja. Mich mag das ja auch glücklich, in dem Moment, wo ich was kaufe. Wie kann ich denn zum Beispiel diese Gefühle ersetzen, wenn ich eben nichts kaufe? Gibt es eine Verhaltensalternative? Waren Sie früher vielleicht gerne mal schwimmen? Oder haben irgendwas mit den Händen gern gemacht? Ja, passt. Und das Ganze. Und manchmal ist es auch sehr stabilisierend, wenn man sich darauf einlässt, welche Gefühle man gerade hat. Und solche Gefühle wie Langeweile oder dass es einmal nicht gut geht, ist auch Teil des Lebens. Ich habe noch nie mit einer Suchtberaterin so gesprochen. Und dass man dann irgendwie auf einmal so merkt, okay, ich bin ja wirklich, wirklich betroffen. Ich meine, ich weiß, dass ich ein Problem habe und ich wusste das auch schon. Aber das hat es irgendwie jetzt gerade nur noch realer gemacht. Und ja, das war Teil, ja, das war.